Und hier ist unsere 38, Tim Breithaupt, sauber aufgenommen, gute Ballkontakte hier vor dem Schloss, Kopfball direkt auf den Marktplatz, ja, hier ist Köpfchen gefragt. Und jetzt eine starke Aktion direkt vor das ZKM, kunstvoll und technisch ganz stark gelöst. Jetzt Steilpass direkt in den BB-Bank Wilbrauch. Wir sind bereit, ihr auch? Kommt in die Fußballstadt Karlsruhe, erlebt die Stadt des KSC, kaum zu glauben. Karlsruhe